Ein angrenzender Bach ist durch enormen Regenfälle übergetreten über das Sofa und hat im Hintergrund zu sehen diverse Häuser überspült. Direkt nach einem Treffen wurden Schlauchboote besetzt, um die Person aus den Holzern zu retten, da eine andere Rettung aktuell nicht mehr möglich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017